Wir bieten mit unserer Trailer-Telematik auch eine App an, die Kögel Drive App. Mit dieser App bieten wir dem Fahrer die Möglichkeit, den Zustand seines Trailers direkt von dem Tablet zu sehen. Dafür muss er nicht aus dem Fahrerhaus hinausgehen, sondern er sieht direkt hier auf dem Tablet seine Temperaturdaten, EBS-Daten und auch die Reifenwerte. Neben der kostenlosen Kögel Driver App bieten wir auch die Kögel Tour App an. Was kann diese App? Sie dient als Kommunikationstool zwischen Disponent und Fahrer. Zusätzlich kann der Fahrer mit dieser App auch eine Abfahrtskontrolle durchführen und diese dann direkt an den Disponenten zuschicken. Zusätzlich kann der Disponent an den Fahrer durch die Kögel Tour App Aufträge übermitteln, sodass Leerfahrten vermieden werden können. Diese Telematikdaten sieht man nicht nur in unserem Kögel Webportal. Wir bieten auch die Möglichkeit, anhand einer Schnittstelle diese Daten in Ihr Portal, in Ihre IT-Infrastruktur zu indiktieren.